Eisrolls machen aus Eislöffeln? Klingt vielleicht komisch, also machen wir's. By the way, hast du schon gewusst, dass Plastiklöffel seit dem letzten Jahr verboten sind? Diese leckeren hier von Colero sind aus einem harten, kakao-haltigen Keksteig. Das Witzige war, dass Kunden manchmal den Löffel zuerst essen und dann auf ihr Eis starren. Kam aber sehr selten vor. Seitdem sage ich manchmal dazu, so bitte erst das Eis und dann den Löffel essen, ja? Warte, wir haben noch den Zimtlöffel. Mit den neuen Zimtlöffeln wird es manchen wahrscheinlich noch schwerer fallen, sich zurückzuhalten.